so moin moin leute und danke fürs einschalten heute geht es wieder mal um battlefield 1 und zwar habe ich am wochenende mit meinem kollegen nico auch king kalle 36 auf der xbox one genannt battlefield 1 gespielt und zwar haben wir seit langem frontline sozusagen gespielt das ist ja ein neuer spielmodus und wir haben hier relativ lange sogar gespielt weil je nachdem wie stark oder wie schwach eben ein team ist so lange geht natürlich dann auch die runde und bei uns war das am anfang sah das erst so aus als ob wir verlieren würden dann war es sehr lange ausgeglichen doch am schluss haben wir auf jeden fall noch gewonnen war auf jeden fall eine coole runde ging ziemlich lang und hat auf jeden fall viel spaß gemacht wenn ich hierzu euer interesse geweckt habt könnt ihr ruhig das video angucken da kommen auch ein paar coole szenen auf jeden fall vor aber man sieht auch das teamplay ganz wichtig ist in frontlines auf jeden fall Schau, 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 schau. Was ist denn hier? Ich weiss nicht, wir sind schon wieder doppelt so gut wie wir. Sind wir besser oder nicht? Ich. Oh Mann, ey. Hey, Krawatte. Oh Junge. Gleich wieder zum Versorger. Oh, dahin kommen sie alle. Oh, das war's. Oh, das ist ein paar Tage. Oh, das ist ein paar Tage. Oh, das ist ein paar Tage. bei dir von oben die überrennen uns, wo sind denn unsere ganze team, jetzt haben wir keine ne scheinlich wei Junge, wir werden schon wieder zurück das war jetzt mal witz das war eigentlich mit dem Geschütz hier, wieso steht das hier nicht ich hab gedacht, es kommen wir noch, oder kommen wir noch bei oben ich hab doch nie gesehen, dass Menschen so schnell das andere Team abgezogen haben hey Junge, ich kann gar nichts machen scheiß Loser Team, Alter lohnt sich auch gar nicht, hier weiter aufzunehmen letztlich ja, das ist gut, ich habe das ist gut, ich habe obwohl ich glaube gerade geht es wieder er hat es im maul ich will gerade von einem typ gekillt der noch neun prozent hat ich weiß mal wo sie kommt die kommt von A jetzt ich muss dann A ja man, gut, ganz geil geht es weiter? naja vielleicht kommt es jetzt mal zu einem machtwechsel hey Junge wo ist der Sunny, wo ist der Sunny? 11m, 12m, 13m, er läuft weg er läuft weg ja ja ich werd aber naja Wir werden schon wieder zurückgedrängt. Wie geht das? Ja. Aufgepasst. Selbst wenn wir weh, kann es sein, dass ich 20 zu 3 stehe. Bitte. Okay, 20 zu 4 Tür. Ja, bei dir ist gut, bei mir nicht. Gute ist was anderes. Ja, stimmt. Ja, ich mach Kills und so. Ey, Tika, was macht der da bis jetzt? Jetzt wird es schon wieder lustig. Grad freue ich mich über meine KD, oder? Junge. Hier markiert kein Schwarz, es ist halt schon wieder witzig. Und mit der Shutgun laufen sie im Graben rum. Ja. Ey, Tika, was siehst du mir nicht? Er steht genau neben dir. Was ist das? Mein scheiß Teammate steht neben dem. Er killt die nicht. Ja. Scheiße. Ja, ja. Ey, haben die beide, ne? Yes, siehst du schon wieder. Gott sei Dank denkst du wenigstens zu dummen, Tika. Hey. Ich bin weg. So. Ich bin weg. Ich bin weg. Tika, die Spam hier. Zum Wissen. Also, wenn die Spam hier rein... Das ist so lustig. Mal. Digger, sie spüren. Das Spiel kann dafür nichts haben. diese Scheißspieler von diesen Spielbauten dann müssen wir halt auch Kanate äh Digga als ob sie nicht mal ein Gehirn haben so weiss ey Brandkanate bin nur am sterben hier aber daran sieht man dann wieder das Battlefield überhaupt gar keinen Sinn mehr macht wenn man halt nicht zusammenspielen sondern das Battlefield eigentlich ich schau mal Battlefield Teamplay und so ist schon wichtig ne aber du musst ja gar nicht so viel fürs Team tun du musst ja eigentlich nur markieren ja nicht markieren du kannst ja Kills machen und so du kannst ja rasieren ach du musst doch nur ein bisschen markieren Digga das ist doch nicht zu viel verlangt oder nein aber was soll ich denn sagen ich hab das auch schon oft genug in meinen Videos gesagt dass die Spotten Taste die wichtigste Taste ist aber es ist immer so dass einige gibt die verstehen Zeit nicht egal wie scheiße du bist wenn du alle markierst dann kommt die die es können die rasieren dich dann weg aber wieso ich gegen jemanden kämpfe wenn ich ihn nicht sehe ja 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 aber die wurden zurückgekriegt ja aber die wurden zurückgekriegt aber jetzt müssen wir alle pushen Digga alle da kommt einer zu dir ja ich ich bin ich so ich ich habe nichts mehr ich bin tot Sani, 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 du bist drei Meter weg ey Digga, du kannst mal liegen bleiben und auf den Sani-Bad ich hab das Junge mach ihn ey da oben ist schon wieder einer, da läuft schon wieder einer rum, der kommt jetzt zu dir, pass auf du hast recht gehabt hat er dich weg was war das, Grabenkämpfer oder was, der hat zehn Schüsse ausgelassen gibt es hier, gibt es hier Grabenkämpfer äh, ne ich glaube nicht weiß ich nicht oh Digga, was war das denn oh hey Digga, was ist das, das gibt es doch gar nicht doch, es gibt es er war gerade läuft wir müssen jetzt mal nach vorne hey, Junge, wo im Bunker sind die auch ja, was macht er da, du musst doch zu deinem Objektiv, du Uhrensohn geh doch zu deiner Flagge, du Bastard ja ja, was macht er da und, was bringt sie ihm nicht feuchten boah, ich muss mich gar nicht beherrschen, wenn ich nicht rumschreie wenn ich rumschreie, dann steht mein Vater auf Weiß oh mein Gott, jetzt sind wir auch noch mal kegig zu wo ist ein Sani wo ist ein Sani hier läuft doch gar kein Sani bei uns was für Sani, Simon ich kann sie total vergessen, Alter das stimmt doch ja jetzt hier halten ich finde es so unlustig, ne wenn du irgendwie so anvisierst, ne mit dem Versorger und vor dir steht einer und der hüpft so blöd rum und macht so komische Bewegungen, du triffst einfach gar nicht das ist der dringendste Sani, den ich je gesehen habe das ist jetzt schon fünfmal über meine Leiche gelaufen und hat mich noch nie unanimiert jedesmal, wenn ich sterbe, ist der der einzige Sani der kommt und nichts weiß der konnte aber er macht nichts man kann wie kann ich so verschiedene dinge sagt man sagt man kann nicht so viel spiel doch stürmer ich habe am anfang so gut ist wie so kacke alter ich nehme gleich mein leben Ich bin zu brennig! Ich ist halt nice der Typ. Ey Junge. Ey. Wer wirst dann noch mal ein Killer war? Ey Junge. Die werfen von allen vier Seiten Granaten rein. Und wir wundern uns, dass wir alle da unten wegschlemmen wie Fliegen. Weil die keiner wegmachen. Da jetzt wird rasierend draufgeräumt. So wenig das gehört. Ey Digge, er gibt mir einen Schuss schon wieder. Die kommen einfach in den Bunker reingeschissen. Keiner macht was. Alter. Ey nein du da. Verloren, hast du verloren, ey. Mann ey. Vier Leute hab ich grad weggemacht oder so. Vier Leute. Man muss oben voll rumrennen und rumtun. Das hat grad voll gut geklappt mit Versorgung. Aber irgendwann wird's immer ein bisschen zu viel. Oh mein Gott. Mann ey. Mann ey digger. Dann kam der jetzt so schnell her. Manchmal stehen die ja auch vor dir. Du siehst sie gar nicht und auf einmal sind sie vor dir. Das ist richtig komisch. Ob das nicht ein Fehler ist? Die Geburt war vielleicht ein Fehler. Die Geburt von den Typen war vielleicht ein Fehler. Ich höre sie doch wo sind sie? Ich laufe hier schon wie so ein verrücktes Huhn rum. Die sind unten ganz sicher. Ja da sind sie. Als Maulsniper hat mich gerade abgezogen. Das gibt es nicht. Unmöglich da unten ist alles voll dicker. Ja man ey. Die ganze Zeit waren sie oben, jetzt sind sie die ganze Zeit unten. Ja bleiben sie unten. Wir müssen es. Oder wir müssen es halten ne. Ja. Ja. Und außer Alpen. Ey Junge, auf der Straße unten sind sie überall. Jetzt geht wieder alles kaputt. Da, da läuft einer. Ich denke hier ist alles voll. Ja. Da kann keiner von den Vollidioten was machen. Zu mir nicht. Nein Digga. Hallo wo seid ihr denn alle? Lauf doch mal zum objective. Ihr Pimmel alter. Ihr lauft jetzt erst ein. Was ist mit euch? Ja Digga den bräuchte ich die ganze Zeit. Aber wenn ich anhalt. Dann verlieren wir. Ja ey schon ne Kugel. Weil hier kein Schwatz läuft. Von hinten oben auf dem Berg da. Da ist auch einer. Ja. Aber es hört sich ganz gut aus. Ja das Spiel ist so ein Scheißdreck manchmal. Ja wir werden schon wieder zurückgedrängt. Ja weil wir. Die sind nicht schnell genug Digger. Die wollen immer noch die Typen. Die nicht zurückgehen. Die wollen die noch snitchen. Diese Scheiße sollten die mal sein lassen. Die sollten alle direkt rushen zu dem objective auf. Nein Digga was machen die? Ich glaube eine rumlische Schwänze alter. Röke drang. Ey ich bleib so lange hier oben glaube ich. Ich versuch ein bisschen was von hier zu weinen. Ja, was von hier zu reißen, das ist witzig. Die werden jetzt von oben da, von der Seite kommen, also von der linken Seite. Ey Junge, ich würde wieder anfangen, Kanaten reinführen. Ey Digger. Ja, sterben tut man in den Battle. Ja, egal. Ja, ich schau' wir alle noch an und ihr seid, ich hab grad die Karte angeschaut. Ihr seid, da sind nur drei von unserem Team oder vier. Jetzt richtig vergammeln. In irgendeiner Ecke, wo ich richtig vergewaltigen kann. Scheiße. Scheiße. das kann ich nicht holen, ich bin kein sattig nee, ich bin nicht gut, aber boah, Junge, bei den Häusern sind ganz viele an der Mauer da pass bloß auf ach, du bist da oben ja, ich muss mich kurz verstecken, weil ich jetzt gibt's auch die Fresse, Junge der Modus ist aber ich würde schon gut, dass die das so gemacht haben weil unter Umständen kann das Spiel halt lange gehen ich bin nicht scharauen lol, er kommt ugescheid Ehhh, mein Gott, die Kerl Du musst schon wieder Ey Junge, oben da ist einer das Koordinaten übermittelt, das heißt jetzt, dass es schlecht für uns ist, oder? Für uns, ja Jetzt gibt's Artillerie Da oben sitzt schon wieder einer Egal, A ist jetzt wechselt Soll ich da bleiben? Nein, Dicker, warum ist keiner bei A, Dicker? Geht's kaputt? Ja, Mann Geil Ey, mein Spawn gleich tot, was ist das, Dicker? Hey, wir gewinnen das noch, ich schwöre Also auf den Sunny kannst du nie zählen, in diesem Scheißspiel Das ist ja normalerweise schon, wenn der Sunny genau das tut, was ein Sunny eigentlich tun soll Du kannst dann auf den Spieler sich zählen Das wäre jetzt einfach nicht kraft Hey Mann Ich krieg mich langsam jetzt auf hier Wollen wir zurück getränkt? Ja, klar, Mann Ich glaub, hier oben liegt auch irgendwo einer rum Ein Sniper Der hat mich nämlich vorhin weggemacht Ich glaub, er liegt jetzt auch noch hier rum Stimmt? Der wird gemessert Wo ist der? Wo ist der? Ja, voll liegt so Ich hab mich gemessert, ich schwöre Ey, die kommen schon mal wieder an Was soll das? Hey, da an der Seite läuft der noch Seid ihr alle blöd oder was? Die laufen manchmal außen rum, gell? Und unsere Leute, die checken's gar nicht Deswegen sterben wir nämlich auch Ey, gib mir mit Shotgun auf 20 Meter Ey, ich wär die ganze Zeit nur weggeholt Hinter mir ist einer mit Modell 10a Jäger gewesen Diesen Junge, wir verlieren Wenn das jetzt so weiter geht Wo? Wirklich Huren, Söhne, Alter Wie ihr snitchen wolltet Ich hab mich in die Luft gehackt, aber mit denen Habe ich verloren, ja, oder? Nee Ach, nicht Aber man kann ja auch nicht wirklich was erreichen Weil ich keine Ahnung hab, wo die Leute sind Ein Soldat, der im Battlefield was sagt, ist ein guter Soldat Da er dann nämlich gespottet hat Digga, was ist? Die sind dabei so mal aus? Ja, jetzt, jetzt checke ich's Du kannst nichts dagegen machen Ich flanke die jetzt so hart, Digga Sind die mit die Kümmerlecken, Alter Flanken bringt jetzt nichts mehr, weil wir es ist Zifferloch haben, oder? Hey, drei Meter Drei Meter Drei Meter von mir Das ist ein Sunny Das ist nicht bei mir, es war eine richtig dumme Idee Junge Also Ehrlich Schämt euch mal, dass ihr Battlefield spielen Und verpisst euch mal wieder zu COD Halt's den Maul, Digga Em Emessert mich Halt's den Maul Wir sind bestimmt lauter COD-Vollidioten Die lauter Inzugkinder sind es halt Guck mal, wie wir Ich wurde echt geholt, Digga Hey, guck mal Danni, guck mal Guck mal Junge Wo die sind, die sind oben auf dem Berg schon wieder Hey, guck mal Wenn Wenn Unser Ziel fällt, ne Dann Haben die schon so einen Halbkreis um uns schon wieder gemacht Und das ist genau das Problem Den Halbkreis, den schaffen die deswegen immer, weil halt keiner spottet Was ist das? Was macht dieser scheiß Team da? Er blockiert mich Ja Nee, Digga Ey, guck, wenn du mich jetzt nicht holst, gell Ich wollte eh keinen Ich schreib dir nach, ich schreib dir nach, du Huchen Der hat mich noch nie geholt, der ist aber immer ganz nah bei meiner Leiche Natürlichsbau nicht und bin gleich tot, natürlich Ah, das macht ja keinen Sinn Ja, Junge Langsam wie schnauze voll, Alter Boah, ich muss jetzt nochmal richtig abgehen Aber irgendwie kommt man gar nicht zum Zuge Manchmal Richtig scheiße Hey, hier, machen die Sannis ein bisschen ihre Arbeit Also schlecht sind die auf jeden Fall nicht, aber vielleicht sind unsere Leute auch einfach nur das allerletzte Ja Panzerbüchse schießt da rein Könnt ihr mal hier rausgehen, Mann Wanne Alsagi gib mir einen Headshot bei hier Was ist das? Was ist das? mal mit von der mission Ich spotte jetzt mal ein bisschen. Na, ich bin selber vielleicht tot. Nein. Hey, oben läuft einer rum. Der hat mich weggemacht. Da läuft ständig einer oben rum. Der hat dich gleich, pass auf. Ja. Genau deswegen. Das darf nicht sein. Der darf da oben nicht rumlaufen. Der läuft ja schon wieder. Der läuft ja schon wieder. Der geht wieder zurück, oder? Ja. Nein. Nein. Die sind alle schon losgelaufen. Schau mal, wie schnell wir das kommen. Nein. Ja, die sind auch schon wieder an dem Punkt da. Die sind schon wieder drüben. Die warten schon wieder. Was ist das, Digga? Den kann keiner wegmachen. Den kann keiner wegmachen. Die sind dumme Rinsen. Die sind dumme Rinsen. Ja, voll. Focke, ich kann nicht laufen. Da hinten beim Haus ist ganze Zeit einer. Guck mich nicht, ich war einfach nur nicht die Flagge Oh, die Flagge verloren, Digga Oh, die Flagge Mann, ey, ich kann auch nicht alle wegmachen. Geht einfach nicht. Geh mal! hey dann hier irgendwie haben wir doch ein paar leute so jetzt aber jetzt muss es dann heute er oben ist schon wieder Junge das ist ein Witz da ist ständig einer oben überhaupt noch war ja fast weg gemacht das ist nämlich genau das sein war einer dann hoffe ich hin dann spawnen die alle malen Ich glaube jetzt sind alle weg. Hier oben. Oder? Gar nicht. Ich platziere gerade. Du richtiger Motherfucker. Wo? No, we can't do play. Wo denn? Digga, ich fick euch an. Hey, da ist doch ein Handaband! Digga, was ist mit euch? Wenn die Bombe nicht geschützt wird, gell? Ich dreh durch. Du bist noch am Leben. Nein, Digga, alle tot. Einer lebt noch. Nein! Er ist neben der Bombe und lässt sie entschärfen. Träger. Hey Digga, hey! Ich hoffe, der kriegst du vieles, man. Ich habe gerade Abendreihe gemacht. Ich habe gerade Abendreihe gemacht. Oh, Digga, was macht ihr einen? Schützt es doch. Ich brauche hier Hilfe. Simon, du lebst noch. Gib ihn. Ja. Du bist lustig. Wenn ich sterbe und mich kann rein in mir, dann muss ich hier wieder herlaufen. Ja, Simon. Ich denke, ich habe jetzt schon zweimal scharf gemacht, gell? Kein Jungs. Die laufen da gerade aber irgendwie auch ein bisschen komisch rein. Ich glaube, wir haben noch 4 Leben oder so. Ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Ja, da ist einer der. Spawn bei mir. Ich bin schon tot. Boah, Junge. Ja, ja. Komm, komm. Vielleicht klappt es noch. Aber da liegen jetzt 3 drin. Also ich würde alles reinwerfen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Echt? Nicht sterben. Ich will ja auch noch. Trotzdem alle tot. Wir haben es nicht geschafft. Alle tot. Hey, wieso ist da... Guck mal, da sind schon wieder welche. Da hinten. Das ist ja nicht gut. Ich habe mal hier. Die sind halt einfach scheiße, weißt du, diese Frischlöschen? Hey, da waren drei Leute von uns. Und eine Tür. Keiner hat's geschiss bekommen. Nein. Wie immer. Ich hab reingeballert, aber hab dann von jemand anderem passiert. Sieht gut aus, oder? Was ist gut aus? Ja, die sind ziemlich verteilt schon wieder. Ja. Hey, aber das find ich schon gut, dass, äh, dass das halt gemerkt worden ist, dass wir halt schon ein, so'n Ding kaputt gemacht haben. Ja, wir müssen ja beide wieder kaputt machen. Alter, ich werd echt gekonnt. Hey, ich bleib jetzt mal hier. Und dann gucken wir mal, wie das klappt, wenn ich verliere. Das war jetzt ein bisschen böse, aber ist mir egal. Ey, stimmt, bleib da als menschliches Spawn-Basis, Alter. Äh, tot. Scheiße. Hat nicht gut geklappt. Einer hat's direkt gecheckt, ist reingekommen. Einer hat's direkt gecheckt. Ach, der, ich krieg noch 100 kills in die Jürre. Klar. Da liegt einer. Mein Gott, lauf doch nicht so blöd vorbei. Jetzt komm, schau es mal drüber. Hey, ihr müsst doch einfach hier nur eine Granat reinwerfen. Hey, als ob man denen erklären muss, was im Battlefield so gemacht wird. Er hat echt überlebt, Digga. Ich habe jetzt gerade das ganze Haus weggespringt, er hat es echt überlebt. Ja, jetzt komm. Scharf, ist scharf? Ja. Junge, wer schießt auf mich? Seid ihr alle gestorben? Bitte nicht. Boah Junge, wie lang durch das hier funktioniert, ne? Immer noch nicht. Wieder im Scherz. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Fett, Mann. Schau dir meine fucking Punkte an. Ist das normal oder was? Nein, ist das nicht. 88, Digga. Was? Ja, Digga. Ja, Digga. Ich habe 88 halt hinten, aber was ist das? Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, ich habe keine Punkte an. Ja, ich habe keine Punkte an. Ansonsten. Ich habe keine Punkte, ich habe keine Punkte.